Erstmal ist für uns der Step erreicht und der ist einfach für uns hervorragend, dass wir positiv sozusagen die Klage durchgesetzt bekommen haben. Jetzt eine Lizenz für die Erste Liga, das ist für uns erstmal ein Riesen-Step und ja, da sind wir auch alle sehr, sehr stolz drauf, mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt hier gewesen zu sein. Die Bankwald-Bundesliga hat auf jeden Fall einen Fehler begangen, in dem sie die Lizenz vorschnell verweigert hat. Es gilt ja immer das Ultima Ratio Prinzip, ja, also bevor ein Klub gekillt wird, muss man ihm die Chance geben, Geld herbeizuschaffen oder Zusagen, Liquiditätszusagen zu bekommen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man im Schiedsgerichtsverfahren Recht bekommen hat, hat die andere Seite Unrecht, ja. Also von daher hat die HBL sicherlich spätestens in der zweiten Runde des Lizenzierungsverfahrens aus heutiger Sicht einen Fehler gemacht. Die Aufräumarbeiten sind eher groß und die sind in den letzten Wochen nicht kleiner geworden, weil die Tatsache, dass wir die Lizenz jetzt erst im Schiedsgerichtsverfahren errungen haben, möchte ich sagen, die hat natürlich uns vor Probleme gestellt, wie der Kader hat sich verkleinert, indem Spieler uns verlassen haben und so weiter. Also die Aufräumarbeiten sind groß. Was jetzt kommt, dass wir eine Kaderplanung machen, dass wir mit allen entsprechenden Menschen, Partnern, Sponsoren, etc. reden. Das ist jetzt genau das, was ein Haufen an Arbeit, ein riesiger Werk an Arbeit, der jetzt vor uns liegt. Aber ich glaube, den nehmen wir alle gerne an mit diesen Voraussetzungen.